Hallo meine Zaubermäuschen und herzlich Willkommen zur Auslosung des Gewinners der Nail Art Box. So auf dem Intro verzichten wir jetzt einfach mal, ich begebe mich mal an meinen Rechner. So da bin ich auch schon. Ja wie werde ich diesen Gewinner heute auslosen, da stehst du schon die gute Nail Art Box. Ja wie werde ich ihn auslosen, ich habe mir überlegt wild mit der Maus in den Kommentaren rum suchen, ist ein bisschen blöd, das habe ich ein bisschen gut und es gibt tatsächlich Internetseiten die das ganze für mich machen und zwar werden die zufallsmäßig da aus meinen Videos einen Kommentar raussuchen und ja das werden wir gleich machen. Ich muss dazu sagen, es gewinnt natürlich nur derjenige der meinen Kanal abonniert hat und der dann auch noch den Hashtag Nail Art reingepackt hat. Ich habe vorher schon mal ein bisschen geguckt, wer nicht abonniert hat, also das funktioniert jetzt so nicht. Also starten wir doch jetzt einfach mal mit der Verlosung. Achja was ich noch sagen wollte, wenn ihr nicht das Glück habt gleich diese Box zu gewinnen, merkt euch den Gutscheincode UNICORN. Ihr bekommt dann ein gratis Gimmick auf eure Nail Art Box obendrauf, wenn ihr sie bei der Firma Nagelschick bestellt. Aber starten wir jetzt mit der Auslosung des Gewinners, Ziehung des Gewinners. So wir haben 17 Uhr, also werden wir jetzt mal gucken wie wir denjenigen auslosen. Erstmal kopiere ich mir den Link von meinem Video und dann habe ich mir hier den YouTube Random Common Picker rausgesucht, den werden wir jetzt mal benutzen. So Link rein und dann gucken wir mal. Ich habe mir überlegt, ich drücke fünf mal auf den Random Button um denjenigen auszulosen. Mal gucken wer dabei rumkommt. So Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, vier und die Nummer fünf. Tja das war leider zu spät. Und der Gewinner ist Niki. Herzlichen Glückwunsch zur Nail Art Box. Lesen wir noch schnell den Kommentar. Boah ich finde toll, dass egal wer die Box vorstellt, hat andere Designs. Ok da ist ein hat zu viel und gerne möchte ich auch teilnehmen. Damit hast du teilgenommen und sogar gewonnen. So lieber Niki, du hast diese geile Nail Art Box gewonnen. Viel Spaß damit, viel kreatives Arbeiten damit. Und ja ich werde dir zukommen lassen, wie ich an deine Adresse komme, um es dir auch zuzuschicken. Und ja, so wer nicht das Glück hatte diese geile Nail Art Box zu gewinnen, der hat natürlich immer noch die Möglichkeit den Gutscheincode UNICORN bei seiner Bestellung für die Nail Art Box bei der Firma Nagelschick rein zu hämmern. Und dann sich ein Gimmick zu sichern, das dann kostenlos oben drauf zu euch gesendet wird. Das Ganze gilt jetzt ab heute nur noch 14 Tage. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann müsst ihr euch jetzt natürlich etwas sputen, damit ihr euer Gimmick noch abstauben könnt. Ja, mir bleibt nicht viel zu sagen außer ich freue mich auf nächsten Freitag euch hier wieder auf meinem Kanal zu sehen. Bis dann, euer Chris. die wichtigsten Schicht. Wich mal Blend. Bobu ist es ja wichtig zu sein. Metroowa Australia весь größer von K整備 St bitter! Dahos bei etc.